Hallo Leute, wieder Magnus, Sirkan Gita von Heute sind wir wieder Redstone Aber diesmal machen wir keinen Redstone, sondern den Redstone Zoo Diesmal habe ich eine Kamerastellung gefunden Das möchtet ihr glaube ich nicht finden Oder wissen Die sieht nicht so schön aus Obwohl wir können das machen Wir bauen Redstone Zoo Da machen wir Das und das So Das machen wir das und das Die Pisten Erstmal machen wir auch Redstone Pisten brauche ich erstmal noch nicht Weil ich keine Pisten jetzt erstmal noch nicht brauche Die Tür Das bräuchte ich Und Eintritt brauche ich hier Hier ist der Eintritt Und den großen Oder den großen Eingang wollen wir machen Oder einen Eintritt Entscheidet euch das Leute mal Ihr könnt auch die Videos zurücksprungen Weil ich mag das wenn ihr zurücksprungen Weil ihr könnt euch dann die nochmal angucken Das ist das 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 wenn ihr alles gut verbaut Dann mal so Sachen kommen auf. So, so. Hier müssen wir ein Scan machen. Und Scannen. Wie machen wir das? Scannen. Machen wir so. Ja, machen wir beim zweiten. Oder im ersten, keine Ahnung. Ne, wir müssen beim zweiten. Wir müssen beim zweiten. Scannen. Dann hat das ja erst was gescannen. Scannen, scannen. Machen wir so. Warte, machen wir so. Ich hab keine Bock, dass es eine Technik falsch geht. So, so. So. Du, 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 du. Ah, das sind die Techniken. Da hab ich die alle Techniken, die ich kenne. Die einfachsten Techniken, glaube ich. So ist das. Bei jedem anderen Sinn bin ich, ob die einfach oder nicht sind. Wenigsten. Ne. Diese Techniken. Ja. Diese Technik meint ich. Toch. Diese Technik ist anstrengend. Guck. Ich erzähl' euch, wie man das geht. Ich wirf ein Item rein. Geh rein. Toch. Das geht schon mal schief. Morgen, Digi. Ich hab das nicht zerstört. Jetzt hat es der. Die Technik geht so. Ich muss mir das jetzt ganz, ihr müsst mir das ganz merken. Ich auch. So. Ohne zu speichern. So. Dann gehen wir zu unseren. So. Nein. Fuck. 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 Nee, ich kenne ihn nicht mehr. Ich kenne ihn nicht mehr. Wer ist auf der PS3? Weil ich hab paar jetzt gelöscht. Wenn ich gelöscht habe, dann tut's mir leid. Weil ich musste paar löschen. guck mal lieber nach, ob überhaupt gelöscht ist. Wenn ja, dann ist scheiße. Wenn nein, dann ist gut. So. Die müssen wir. Die bauen wir erstmal hier auf. Dass ich jetzt halbe, wenn ich es noch weiß. Einzelholen. Das war hier. Das und das. Das war's. Genau. Das war jetzt. muss es aber ticke tacke machen nicht so was eigentlich alles so der spiel das scheiße kein kontakt ist scheiße jetzt weiß ich nicht was jetzt falsch gemacht habe oder sonst ist alles auf links ich brauche doch nicht diese glocke noch ohne die glocke geht das ja nicht stimmt 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 hab vergessen so machen wir vier minuten machen wir mal so drei sekunden da macht er jetzt ganze blick aus die um noch ging ich die jetzt nur noch mit seinen schul das gerne ich glaube die glocke soll ich glaube wir sind die glocke hier anbauen kommt mir so vor kann nicht sein ich ihn anrufe egal scheiß drauf auf den scheiß drauf du kannst auch nichts machen warten warten was willst erstens was soll aber er soll auch klappen weil gegen teil du du hast du hast nichts gemacht erster ist du musst du musst nicht auf ihn hören dass das das was mach ich jetzt ist soweit ich habe es ausgefunden ich habe es ausgefunden ich wusste ich finde das aus jetzt müssen wir eine maschine vergraben das ist der nachteil aber jetzt kann ich nachbauen wenn ich das viel groß ist die maschine 1 2 3 3 sagen jetzt mal so lang momentan brauchen wir jetzt keine blöcke ich klicke erst am weihnachten wie ist hier ach weiß was du holen kannst holen die xbox nächsten monat wo ich in die xbox wirklich jetzt ich habe das geld jetzt schon übelst lang besparen ich scheiße drauf auf die anderen was die macht egal ob dein freund sie sagen er kaufte das das besser konsole denkt was du willst mach was du haben willst nicht nach die anderen höre nicht auf die anderen ach der xbox jetzt habe ich auch keinen bock mehr mit ihm zu spielen scheiß drauf scheiß ich drauf erstens zweitens gibt es eigentlich geht es mich nicht an aber du machst du hast mich jetzt so reingewickelt das ist jetzt auch die helfen danke für die likes ich freue mich ich kann nichts mehr machen so dann machen wir die glock weiter mal klöden was denn jetzt unser kabel reconst müssen das auch ein bisschen ja blockieren den weg von hier blockieren wir den weg hier mich aber das auch haben beides oder auch nicht in der schule wo bin ich meine schweckermann weil ich nicht keine ps4 hatte und so noch war eine ps2, dann hatte ich es mit dem 17 und habe gesagt ich wollte ich wollte ja auch keine was mache ich was mache ich hier hallo hallo ich habe nichts gedrückt boah wie es rumgebackt hat also ich will mir ja auch eine ich sage weißt du meine mutter hat immer gesagt hol dir die xbox scheiße drauf was die anderen sagen mach was du willst nicht was die wollen du willst du willst jetzt komm jetzt da rein hallo die tür geht nicht auf er wird sie blockade trovo blockade stop hier funktioniert was nicht das mag ich nicht ich mag keine sache nicht ich wusste schon was funktioniert mir nicht ich wusste es warum passiert es immer mir warum muss ich immer mit den blöden sachen hier beschäftigen ich bin aber geh mal bitte raus das ist mein schulkamerade schulkameraden aber jetzt nicht finden ich sagte jetzt nicht jetzt ist mal nichts nein dass du 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 die